Ja, ein herzliches Grüß Gott vom Freibad in der Lassa, bei wunderschönem Sonnenschein. Wir möchten uns ganz herzlich bedanken beim Musikverein Grünburg für die Nominierung. Wir lassen uns da natürlich auch nicht lanken und der Musikverein Lassa hat eine kleine Gruppe zusammengestellt. Ja, wir haben extra für den Anlass wieder unsere alte Tracht ausgebracht und wir werden euch jetzt auch einspielen. Und ganz wichtig, wir dürfen auch drei weitere Kapellen nominieren. Wir nominieren den Musikverein Lassa, den Musikverein Sulzbach, den Musikverein Tratenbach und den Musikverein Losenstein. Und wir spielen jetzt eins. Musik! Eins, zwei, drei, vier! Musik! 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 Musik 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 So, und an alle nominierten Kapeller fast hätte man schon was wichtiges vergessen, es ist natürlich so, ihr müsst das selber auch noch machen, wir geben euch 72 Stunden Zeit, weil es heute sicher noch irgendwo zum Heim ist. Und wenn ihr das nicht erfüllen könnt, dann wünschen wir uns für euch zwei Kisten Bier am besten, das ist am einfachsten, an den Terminfall einfahren wir dann einfach mit euch. Danke und alles Gute.